Neu, mit Trinköffnung. Oha, der hat einfach eine Trinköffnung, Alter. Schaut euch diese Trinköffnung. Äh, ja, heute packen wir Fan-Pakete aus, die sieben Monate alt sind. Die stehen schon seit sieben Monaten in meinem Zimmer und ich muss schon ganz ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme, muss ich fast kotzen. Also ihr könnt es nicht riechen, aber die... Das stinkt extrem. Also, das stinkt. Eins von diesen Paketen ist kein Fan-Paket. Ich habe mir auch einen Koffer ansteigert, den mache ich später auf. Da ich sehr davon ausgehen werde, dass in diesem Video wieder etwas kaputt gehen würde, ob das jetzt eine verbrannte Badewanne ist oder mein Haus abfackelt, möchte ich mich schon mal finanziell absichern. Und zwar mit Schub. Schub ist das größte deutsche Cashback-Portal. Das heißt, wenn ihr über Schub bei einem von 2000 Partnern etwas einkauft, kriegt ihr Geld zurück. Es ist ganz simpel, ihr müsst euch nur registrieren, dann auf einem Shop gehen, wo ihr etwas kaufen möchtet. Hier zum Beispiel bei Lieferando bekommt ihr 4% von eurer Bestellung zurück. Klickt auf Cashback aktivieren und könnt wie gewohnt etwas bestellen. Es ist nichts anderes, außer, dass ihr Geld zurückbekommt. Was hat er mir einfach ein Metallstück geschenkt? Was ist das, Mann? Ich habe jetzt was für 14 Euro bei Lieferando bestellt und bekomme 56 Cent zurück. Schub finanziert sich einzig und allein davon, dass sie eine kleine Vermittlungsprovision von den Partnern erhält. Das heißt, es gibt keinen Datenhandel, ihr müsst nicht eure Kontodaten angeben oder irgendeine schäbige Kacke. Es ist alles legitim und fair. Und wenn ihr euch über meinen Link in der Beschreibung registriert, bekommt ihr gratis 10 Euro geschenkt. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist, über Schub einen Einkaufstätigen mit einem Mindestbestellwert von 10 Euro. Das heißt, ihr könnt etwas für 10 Euro bestellen, bekommt dann 10 Euro zurück und die Bestellung ist praktisch gesehen gratis. Fangen wir jetzt wirklich an mit dem Video. Okay, dann packen wir mal das erste Filmpaket aus. Das ist von Reischard Hardweg. Ah, das ist seine Adresse. Aha, sehr cool. Wir haben hier einmal ein Messer. Vielen lieben Dank, Reischard. Das hat mich sehr gefreut. Als Ersatz habe ich dieses Paket hier. Das Paket ist eigentlich vom Haufen hier, von Kacke- und Bombenhaufen. Ich habe eigentlich voll vergessen, warum dieses Paket auf dem Kackhaufen war. Okay, wir gucken mal rein. So, wir haben hier einmal zuerst einen Brief. Bin ich mal gespannt. Hey, Elias, ich bin Jenny, bin 15 Jahre alt. Deine Videos haben mich echt immer zum Lachen gebracht, vor allem in der Zeit, in der ich am meisten gemobbt wurde. Durch dich wurde ich noch mehr gemobbt. Wir haben hier einmal sehr coole Schokolade. Das schmeckt tatsächlich ziemlich gut, obwohl es sieben Monate alt ist. Eistee. Okay, die Schokolade hat sieben Monate gehalten, aber das hier nicht. So, dann haben wir einmal noch M&M. Hier steht drauf, hoffe du hast eine Nussallergie. Wir haben hier einmal eine, keine Ahnung was das sein soll. Ähm, irgendein Plüschti oder so. Was ist hier drin, Alter, was ist das? Mach mal auf hier. Ich glaube, das hat so gestunken. So, wir haben hier einmal eine, ich weiß nicht, ein Gummiband. Was mache ich hiermit? Für die Zukunftsplanung. Leider bin ich steril. Dann haben wir noch ein, äh, ein Dings. Für ein romantisches Watt. Schmeckt tatsächlich sehr salzig, aber es schmeckt nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Schmeckt Seifel schon immer so gut. So, dann haben wir einmal, äh, ein Ingwer-Schott. Okay. Das war auf. Ich habe da irgendwas getrunken, was kein Ingwer-Schott war. Ich würde das sehr gerne essen, aber ich weiß, dass es giftig ist, deswegen tue ich das nicht. Wir haben hier noch Lippenstift. So, dann habe ich noch, äh, das ist, äh, WC-Duftstein. Vielen Dank, das kann ich sogar gebrauchen, weil ich, ich muss gleich richtig hart scheißen. Was mache ich hiermit eigentlich? Wie funktioniert das? Wie, äh, wie geht das? Was ist das? Und dann haben wir noch einmal ein, äh, ein Kaffee mit einem Sieb. Vielen lieben Dank für den Kaffee, hat sehr geschmeckt. Ein Bild von Kevin. Und, äh, was ist das? Isana Dekolleté Serum. Was ist das? Schmeckt aber nicht so gut. Wir haben eine Klingel, dann war es das auch schon. Dankeschön an Need to Know Edits für das schöne erste Paket. Ach ja, und um das Video noch ekliger zu machen, habe ich mir zusätzlich noch fremde Reisekoffer ersteigert. Hier ist noch der andere Koffer, die machen wir gleich auf. So, und jetzt räume ich erst mal auf. Okay, wir haben jetzt zwei Tage später, weil mir nach dem Paket echt übel wurde. Ich glaube, der Eistee war wirklich abgelaufen. Und ich habe den Toilettenstreifen nicht abgekauen. Der geht nicht ab, Mann. Naja, wie dem auch sei, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Paket. Dieses wunderschöne Paket hier. Okay, das schmeckt echt nicht so geil. Wofür ist das überhaupt? Was ist das? Für Brust, Dekolleté und Oberarme. So, es sind wieder zwei Tage vergangen. Beim ersten Mal war das nur ein Scherz, aber ich bin jetzt dieses Mal wirklich krank geworden. Übrigens, das Mädel vom Paket vom eben hatte auf einem Brief ihre Nummer dabei gepackt. Ich rufe die einfach mal an und gucke, was sie sagt. Hallo? Hallo? Hier ist Need to Know, dort ist deine Nummer auf diesem Brief geschrieben. Ich habe dein Dekolleté-Serum gegessen. Ja, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Dieses Paket sieht echt gut aus. Hier sind alle Insider von meinen Videos drauf. Einmal eine Katze, sitzende Taube, Mandarine. Das ist echt, das sieht echt gut aus. Das werde ich ausnahmsweise mal nicht verbrennen. Wir haben hier einmal... Oh, Socken! So, dann haben wir noch eine zensierte Banane, glaube ich. Baka! Dann haben wir noch einmal, äh, keine Ahnung, was das hier sein soll. Gustavs Cat Dreams für ein richtiges Leben als Katze. Was habt ihr mir hier für Furry-Dinger geschickt? Anscheinend soll ich jetzt eine Mandarine zum Furry machen, das kann ich sehr gerne machen. Ey, das ist schon echt ziemlich cool. Warte, ich muss noch ein Gesicht zeichnen. Haben Katzen Nasen? Hier einmal eine Katze. Dann haben wir hier... Oha! Einfach meine Lieblingsserie. Oha, wie gut! Oha, wie schön! Das werde ich nicht kaputt machen, man. Es können auch tolle Geschenke dabei sein. Es muss keine verschimmelte Mandarine sein. Keine Ahnung, was das sein soll. Das riecht gut. Ich glaube, das sind Blumen oder so. Ja, das sind Blumen. Und das daneben, was ist das? Das ist das. Das kann man aber nicht essen. Was ist das? Lavendel und Nelke. Lavendel hat noch gut geschmeckt, aber die Nelke... Okay, machen wir direkt weiter. Ich habe gerade Bock auf einen Koffer. Also, wie gesagt, das hier sind verlorene Koffer, die monatelang bei der Deutschen Bahn standen, aber nie abgeholt wurden. Ich habe mir die legal für 350 Euro ersteigert. Also, meckert jetzt nicht rum, wenn aus Versehen hier irgendetwas kaputt geht, weil ich bin der legale Besitzer hier vorne. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Wer hat denn hier seinen Koffer vergessen? Also, wir haben hier einmal Schuhe. Oh, die sehen cool aus. Die sind ein bisschen eng, aber... Sollten gehen. Dann haben wir noch einmal eine Tasche. Oha, die sieht voll cool aus. Eine... Einfach ein Spielzeug, einfach ein Ei. Das ist nicht ausgepackt, das ist noch neu. Was ist hier drin, Mann? Wie geht das auf? Wie geht das auf? Was mache ich hiermit? Das ist einfach nur... Das ist einfach nur ein Plastikei. Na gut, wenn du es so haben möchtest... Da ist irgendwas drin, ich schwöre es euch, da ist irgendwas drin. Ich mache keinen Spaß. Wir haben hier einmal Bruno Banani Parfüm. Das riecht tatsächlich ziemlich gut. Wir haben hier dann noch eine Puppe. Die werde ich ausnahmsweise nicht kaputt machen, weil ich dann wahrscheinlich ein Kind zum Weinen bringen werde. Wir haben noch Schuhe. Crocs. Oha. Hä, die passen. Ich kann das sogar gebrauchen. Ein Haarband. Eine Sonnenbrille. Noch eine Sonnenbrille. Noch eine Sonnenbrille. Ich kann gar nichts mehr sehen. Das hier ist ein, keine Ahnung, ich kann nichts sehen. Ein Pyjama, ein Schlafanzück. Ich muss schon ganz ehrlich sagen, das ist ziemlich drippy, oder? Ich stelle mal den Koffer im Hintergrund hin, damit man mehr Platz hat. Eine 10 Cent CD, was ist das, Mann? Koffer hat einen Geringverdiener gehört. Super für Spieleabende und lange Autofahrten. Das große Familienquiz. 21 Gründe, wieso es nicht falsch ist, seine Cousine zu heiraten. Mit als Gast, meine Cousine. Grund Nummer 21. Was ist das denn für eine Familienquiz-Idee? Haben wir noch eine Badeente? Ich weiß nicht, wo die schon gewesen ist. Eigentlich will ich es nicht wissen. Oh, 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 oh. Einfach der krasse Boss. Oh, ein Poncho. Das kann ich tatsächlich gebrauchen. Hier sind Sachen drin, die man tatsächlich gebrauchen kann. Und irgendwie stört mich das. Wo? Wo ist das Loch? Dann haben wir noch eine Menge, 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 Menge Socken. Von Teddy. Alter, welcher Geringverdiener kauft bei Teddy ein, Mann? Wir haben hier Schuhe. Herren-Sport-Schuhe. Komischerweise... Passen diese Schuhe mir. Übrigens ist es vollkommen okay, wenn ihr bei Teddy einkauft. Also es ist okay, ein Geringverdiener zu sein. Dann haben wir hier einen Haufen Servietten. Wer auch immer Servietten mit in den Urlaub nimmt. Übrigens, das Ganze ist komisch. Wer nimmt eine Lichterkette und eine Badeente? Wer nimmt eine Badeente mit in den Urlaub? Kannst du nicht eine Woche ohne deine Badeente leben, Alter? Was ist das, Mann? Eine Michael-Course-Tasche. Da ist leider nichts drin. Brauche ich nicht. Will ich nicht. Geringverdiener. Ein Manga. Oha. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Manga ist. Aber es sieht ziemlich cool aus. Wir haben den dritten und den vierten Teil. Dann haben wir hier noch Fabian Designer Glant. Strumpfhose. Eine Strumpfhose. Oha. Ich wollte schon immer mal eine haben, Mann. Hä? Ist das nur für ein Bein? Nur für ein Bein? Welcher Mensch holt sich eine Strumpfhose für ein Bein, Mann? Was mache ich hiermit? Oh, nee. Da sind zwei Beine. Okay. Nevermind. Das stinkt mehr als es sollte. Ein Rasierer. Vielen lieben Dank für die Rasierer. Kann ich tatsächlich gebrauchen. Dann haben wir hier noch ein Handy. Ein 10-Euro-Handy. Ich weiß nicht, was für kriminelle Aktivitäten du gemacht hast. Damit kann ich das Mädel anrufen vom ersten Paket, ohne dass sie meine Nummer liegt. Das ist tatsächlich praktisch. Oh, ich habe das Handy zerstochen. Oh, scheiße. Mein Bart ist in den letzten Monaten echt lang geworden, oder? Mein Bart ist eine Visualisierung dafür, wie stark meine Depressionen sind. Und desto länger mein Bart ist, desto stärker sind meine Depressionen. Also, mir geht es gerade scheiße. Vielleicht bringt es dir etwas, wenn ich mein Bart rasiere. Warte mal. Nein, mir geht es immer noch beschissen. Oha, dieses Shirt sieht echt schön aus. Wisst ihr, Leute, es kann natürlich auch sein, dass die Person, die diesen Koffer verloren hat, gerade dieses Video sieht. Aber keine Angst, wenn das so ist und du willst deine Sachen zurückhaben, dann schreibt mir einfach auf Instagram und ich werde sie dir ehrlich zurückgeben. Wir haben hier einmal ein sehr schönes Shirt wieder. Also, das ist anscheinend von Jack & Jones. Das ist sogar neu. Das hier ist neu. Ziemlich cool. Dann haben wir noch eine Hose kariert. Würde ich tatsächlich tragen. Ich glaube aber, das ist für Frauen. Alter, was piept denn hier so, Mann? Was zur Hölle ist das, Mann? Alter, halt die Schnauze. Die haben wie gesagt dann noch diese karierte Hose. Gucken, ob die mir passt, weil die sieht echt schön aus. Die würde ich halt wirklich tragen, auch wenn es für Frauen ist, die Hose. Hä, die passt mir mega. Die passt ja ultra gut, Alter. Die ist ultra nice, Mann. Alleine hierfür hat sich der Koffer gelohnt. Was? Leute, zündet niemals Plastik an, weil das giftig ist. Also wirklich tut das nicht. Mein ganzes Zimmer ist voll mit Rauch. Ach du heilige Scheiße. Warum haben wir keinen Feueralarm, Mann? Was ist das für ein Scheiß, Alter? Normalerweise sollte jetzt doch irgendwas... Ach so. Ey, Mann, das tut mir gerade wirklich voll leid, ey. Kann man das noch anziehen? Ich könnte es vielleicht noch spenden, aber... Dann haben wir hier noch eine kurze Hose. Die sieht nice aus. Die will ich mal probieren. Warum hat diese Hose nur ein Loch, Mann? Hat die Person nur ein Bein gehabt, Alter? Was ist das, Alter? Hier ist... Hier ist nur ein Loch in dieser Hose, Mann. Wer zieht sowas an, Alter? So, das war dann auch schon tatsächlich alles. Oh, Mann, aber irgendwie tut mir das gerade voll leid. Also... Weißt du was? Als Wiedergutmachung bügel ich dir dein Shirt. Das sieht ein bisschen zerknütert aus, Alter. Als Wiedergutmachung bügel ich dir das. So, dann bin ich fertig. Das war dann auch schon der erste Koffer. Für 110 Euro hat sich das, glaube ich, echt gelohnt. Das war echt richtig nice. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich muss jetzt zuerst wieder aufräumen. Deswegen sehe ich euch gleich wieder. In wahrscheinlich drei Tagen. Bis gleich. So, das war's nun mit diesem Video. Das sind die ganzen Sachen, die in diesem Koffer drin waren. Und übrigens macht niemals Feuer in eure Wohnung. Ich hab hier Feuerlöscher und Wasser und alles stehen. Aber warte, eigentlich hab ich hier noch einen zweiten Koffer. Wenn ihr wollt, dass ich den aufmache, lasst gerne ein Abo da. Sonst abonniert diesen Knall. Und ich werde am Samstag den 6... Den 6. November um 18 Uhr werde ich streamen auf Twitch. Da werde ich eine Tasche aufmachen, die ich mir auch erstagert habe. Und dann sieht man sich. Und dann sieht man sich.